Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu Creativerse mit dem Malte. Jawollo. Und es geht weiter. Wir haben mal geguckt hier, wo es den ollen Bienenwachs gibt. Und der ist einfach so in den Bäumen. Und hier sieht man einen Block, den ich jetzt abbaue mit Genugtuung. Ja, Malte hat einen Block. Ja, und jetzt kann man die irgendwie anpflanzen, haben wir auch gelesen. Ja. Nur wie, wissen wir nicht. Aber es gibt so unglaublich viele Sachen hier. Hast du jetzt nochmal nachgeguckt, wie man die anpflanzen kann? Nö. Das wäre ja low. Ja, stimmt. Alles klar. Ja. Oh Gott. Ich habe keine Ahnung. Ich auch absolut nicht. Du hast jetzt erstmal Bienenwachs, ja? Ich habe Bienenwachs, ja. Hau mal hin, hier so einen Block. Kannst du den hier hinbauen? Ja. Aber irgendwie können wir damit nichts anfangen. Ich glaube, man muss die irgendwie dann leer räumen. Also irgendwie ein bisschen muss man... Du droppst da wohl Honig draus, beziehungsweise kann man es nicht extracten und sowas. Das geht nicht. Gib mir mal einen Block. Wer? Da. Äh, ups. Falscher Block, sorry. Da. Okay, hier geht es schon mal nicht. Oh, nice. Queen Bee. Also, keine Ahnung, was man damit jetzt machen kann. Hast du... Was hast du für eine Biene? Eine Queen Bee? Sie will Dinge einfach so, bevor sie ihre Drones zu arbeiten. Ah, okay. Also, das ist eine Biene, die... Eine Bienkönigin ist das, ja. Ja. Die muss halt was machen, damit irgendwie gearbeitet wird. Aber ich habe keine Ahnung was. Also, die irgendwie hier draufsetzen oder sowas? Ja, es hieß ja auch irgendwie, dass man... Ne, das ist ja... Ja, irgendwie in den... Ach, das ist der... Was? Ja. So, es hieß ja irgendwie, dass... Was ich gelesen habe, dass man irgendwie... Das wohl irgendwie auf so... So, ich setze jetzt hier einfach mal Blöcke hin. Ich weiß nicht, ob ich da irgendwie hier... Dings noch damit drauf in der Nähe haben muss oder so. Holze in der Nähe so. Setze ich mal die Dinger hier hin. Keine Ahnung, ob die... Die Bienenkönigin jetzt was macht. Hoffen wir mal, ne? Ich habe auch keine Ahnung. So, ein bisschen Licht kriegt sie noch. Aber wir wollen uns auch erst mal um unser Häuschen kümmern. Das ist jetzt erst mal... Und warte mal, bevor wir das machen. Habe ich noch was für uns? Ja. Ja. So. Kann man sich hinsetzen? Ne, schade. Das ist die Tatsache nur Deko. Nach. So, warte mal, aber ein Bett könnte ich... Ach so, dann brauche ich noch so ein Rot. Okay, so ein Rot, 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 Rot. Okay, dann bauen wir mal noch so ein Rot. Bauen wir noch ein paar von denen hier einfach. Aber ich spiele es jetzt schon fortschrittlicher als Minecraft, weil es gibt einen Tisch. Also die Rot ist jetzt rausgenommen? Nein. Ach nee. Ach nee. Ach nee. Ach verdammt, ich habe abgebrochen. Ach, ich bin so blöd. Okay, so, pass auf hier. Ach, es dauert noch ein Stück. Wir müssen mal schauen, wo wollen wir unsere Häuslein hinbauen, unser erstes? Äh, ja. Ganz viel davon. Vielleicht hier unten irgendwo so? Keine Ahnung. Ich habe echt auch keine Ahnung. Was, okay. Komm mir gerade was an. Das ist ja mein Licht. Oh. Oh. Okay, dann muss ich in das Bett nicht reichen. Oh. Ich brauche Scheibe kein Licht. Man kann sie in das Bett nicht reinlegen. Der also nur Deko. Oh, Manu. Das ist ja blöd. Warte mal. Aber man kann ist ja ein Stuhl bauen, das ist ja cool. Ja, ich habe. Fortschritt er als Mannschaft alt, ne? Don't table. Krass. Ach, das mit dem Bienenwachs, das macht mich wahnsinnig. Na, egal. Woodwall. Okay, aus Labs kann man Woodwalls bauen. Woodfloor. Ah, okay. Yellow Woodwall. Du grüne Neuner. Brauchen wir ja unglaublich viele Sachen. Gerne Brickwall. Sieht ja auch nice aus. Okay. Board, Prozessor, Teleporter. Ah, jetzt habe ich auch den Teleporter freigeschaltet. Das ist ja super. Endlich. So, warte mal. Ich hatte doch... Hattest du mir nicht... Moment. Hä? Hattest du mir nicht so eine Mining Cell? Hast du die nicht rausgenommen? Hast du dir diese Dings rausgenommen? Hattest du mir diese... Obst du dir? Dieser Extraktor? Ich habe mir keine Extraktoren rausgenommen. Und eine Mining Cell müsstest du... Die Obstidien, diese Mining Cell müsstest du doch haben, oder nicht? Habe ich irgendwie nicht, ne. Aber die war ja im Crafting Table drin, oder nicht? Ach so, aber... Ich glaube, ich konnte die ja nicht rausnehmen, ne? Konntest du nicht? Ne, weil mein Inventar voll war. Jetzt ist sie irgendwie nicht mehr da. Hm. Das ist... Vielleicht irgendwie erstmal auch so eine Stone Mining Cell machen, dass ich das generell... Das ist aber auch ärgerlich. Komm, wir suchen erstmal... Was wollen wir die erste Bude bauen? Ähm, keine Ahnung. Sagen Holzfußboden, Steinwände. So ganz unspektakulär für die erste Wohnung, oder? Ja, dann müssen wir natürlich ein bisschen Stein farmen. Mach ich gerade schon. Ja, auch gleich mal mit. So, ein bisschen Stein muss sein. Warte mal, gab's... Oh Gott. Schon wieder so ein Schlawiner. Kommt gerade einer hier. Aha, renne! Oh nein, nicht mehr schauen, nicht mehr schauen. Wo ist er hin? Ach so, er ist kaputt. Ich habe hier einen Extractor hingesetzt. Hm, na gut. Dann bauen wir den Krempel jetzt erstmal ab hier. Ups. Was mir jetzt aber einfällt noch... Ich hatte ja diesen Extractor. Ich kann jetzt nochmal eine Obsidian Cell bauen und gucken, ob du die nehmen kannst. Ja, das kannst du mal. Aber dafür muss ich gleich noch Obsidian Bastel nochmal schmelzen. Ja, ich muss noch ein bisschen... Sie denn einschmelzen? Ah, ne, muss ich nicht, oder? Doch, muss ich. Nein, muss ich nicht. Oder? Was brauche ich dafür? Oh Gott, das war die falsche. Was brauche ich hier für... Ah, zwei Obsidian brauche ich dafür, oder? Der hat zwei noch. Ja. Ich brauche nochmal schön kräftige Steine ab, daweil. Jo, mach das. Man soll den Bienen jetzt so ein bisschen Zeit lassen. Meinst du? Ja, das wurde... Also ich habe gerade nochmal durchgelesen. Ja, man soll den Bogen irgendwie ein bisschen Zeit lassen. Okay. Dann tun wir das am besten. Aber das in einem bestimmten Biom oder sowas, das stand jetzt nicht da. Nee, ich habe sie ja hier gefunden bei uns. In den Bäumen oben. Hm, na, das stimmt natürlich. Müsste ja eigentlich das Biom sein, ne? So, ich crafte jetzt hier nochmal eine Obsidian Mining Cell. Die müsstest du dann ja rausnehmen können. Die sind ja alles im Moment drin. Hol sie am besten jetzt schon mal, falls... Damit er nicht die spawnt. Ja. No. Da. Guck mal, das klappt jetzt hier mit den Bienen. Aber was... Steht irgendwas drin wegen den Bienen? Wie man genau das... Man soll den wohl ein bisschen Zeit lassen. Okay. Oh ja, jetzt habe ich die. Sehr schön. Cool. Oh. Oh. Aber dass man die auf die Blätter anpflanzen muss oder so, das stand jetzt nicht drin. Äh, doch. Ach so, ja, ernsthaft? Ja. Okay, krass. Da stand das drin. Bin ich auch mal gespannt, ob das... ...wirklich so sein muss. Das, da müsste man ja... Boah, das sieht ja auch schön aus hier. Da müsste ja trotzdem aber auch schon was rauskommen, wenn die sowieso in den Bäumen hängen, oder? Ja, eventuell. Finde ich jetzt. Ja. So, warte mal. Was cool ist, man kann ja wirklich so komplett erforschen gehen, das Ganze. Du brauchst dich überhaupt keine Gedanken machen, wie man wieder zurückkommt, weil man tut sich einfach teleportieren. Das ist halt echt das Coole an der Sache. Warte mal, ich versuche jetzt einfach mal diesen Baum hier komplett abzubauen. So. Warte mal, wie soll ich denn zwei verschiedene Stones im Inventar? Stone, stone. Mein zweier Stapel da weg. Ich nehme mir nur Platz im Inventar. Also hier in dieser... Ich bin gerade nochmal in so eine Höhle runtergegangen und hier sind extrem viele Kisten. Oh. Also hier geht es echt ab, was Kisten angeht. Wow, eine Coaltorch. Eine was? Eine Coaltorch gefunden. Okay. Ah, okay. Jetzt bauen wir erstmal hier den ollen Stamm ab, genau. Flups, 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 flups. Hier ist auch Kohle und Magnetite und alles. Oh, ich habe... Aber dieses Magnetite können wir ja drunter... Ach doch, das kannst du jetzt abbauen, ne? Ja, Magnetite kann ich abhauen, genau. Das kann ich auch nochmal löschen. Den einen Block. Man muss hier mal gucken, was man für Blöcke löschen kann. Den brauche ich auch nicht. Ja, kann man sich sehr stören. Matsch, wofür? Bin tot. Oh mein Gott. Bin von so einem hohen Blaze gefallen. Okay, unten das Inventar bleibt, hast du ja gesagt. Mhm, das ist das unten, was du in der Leiste hast, bleibt und du musst halt dann hier sozusagen... Ah, ich habe meine Urne hier. Genau. Die einfach abbauen? Ja. Take all. Oh, nice. Ah. Das ist ja praktisch. Das ist ja sau praktisch. Okay. So, warte mal. Dann nehmen wir hier gleich mal noch ein bisschen die Pilze mit. Mal was zu schnabulieren haben. Das ist natürlich cool, wenn du mit der Energie low bist. Äh, lässt du dich einfach sterben. Oh nein, das ist vielleicht nicht so gut. Oh, jetzt könnte ich mal hier mein Obsidian-Schwert testen. Ah, ha, ha, ha. Oh, nice. Zwei Hits. Ja, das kloppt, glaube ich, schon ganz gut rein. Das Obsidian-Schwert. Ich sammle gerade so ein paar von diesen Pilzen, die ganz interessant sind. Aber Eisen habe ich zum Beispiel auch noch gar nicht entdeckt. Eisen, ne? Ich glaube, da müssen wir dann auch tiefer rein. Aber das können wir eben noch nicht abbauen, ne? Doch, natürlich. Obsidian. Ach ja, stimmt. Das stimmt. Ich stehe jetzt damit schon ab. Okay, das ist blöd. Ähm, Moment. Ich weiß auch nicht, was man mit diesem Papier hier... Journal-Page. Ja, die kannst du doch nicht einmal wegschmeißen. Das ist einfach nur so ein Gimmick irgendwie hier. Da hat er mir ein Tagebuch verfasst. Da steht irgendwie was Lustiges drin. Als kann ich auch diese blauen Pilze sammeln vor allem. Ja, richtig. Aber was machen die, ist die Frage. Oh Gott. Ähm. Kann man das nicht einfach tauschen? Doch, kann man schon. Ähm. Oh. Oh Gott. Aber die kann man auch snacken. Ja, heilen die mehr? Äh, keine Ahnung. Auf den ersten Blick jetzt sah es nicht so aus. Nö. Ich habe die gerade mal so ein bisschen TNT verballert, weil ich die ja nicht brauche. Und, wenn's das? Äh, das macht glaube ich kaum Blöcke weg. Das macht Schaden. Ah, ne Kiste. Ähm. So, also ich hab ein bisschen Erde. Warte mal, was kann man denn noch wegschmeißen hier. Boah, diese Pages vielleicht doch noch. Ach, das ist aber. Oh, und echt ne Kiste, ey. Das ist zum Kotzen mit diesem Bienenwachs. Oh. Hm. Oh, echt mal, dass wir das jetzt kriegen, ne? Hm. Definitiv. Oh nein, ne Krabbe. Böse Krabbe. Äh, ich nutze aber schon mal ein paar Extractor, einfach um ein bisschen Obsidian abzubauen, damit wir was haben, ne? Ja. Oh Gott, da fällt ne Krabbe von oben runter. Schwert, Schwert, Schwert. Aber die Krabben gehen relativ fix down, wenn du erstmal, also mit dem Obsidien Schwert. Ja, Obsidian geht. Aber ich denke mal, da kommen noch viel, viel schlimmere Schlawiner. Wo man dann wirklich auch den guten Stuff braucht. Ich meine, nach Eisen kommt eventuell noch was, ne? Wir haben ja echt keine Ahnung. Das ist ja... Fuck. Das ist auf jeden Fall rüstig. Okay, nice. Ich leuchte immer die Leute so ein bisschen aus. Ich kann nicht sagen, wo ich bin. Uuuups. Geht dein Teleporter überhaupt? Ähm, ich benutze ihn ja nie. Uups. Achso, den Teleporter. Achso, ich habe ja noch keine... Ich habe ja noch nicht die beide Parteien sozusagen aufgestellt von dem Teleporter. Ah, okay. Jetzt kann ich hier quasi auch Dings bauen. Ach, Dings, ne? Advanced Extractor. Ja, genau. Den konnte ich auch schon bauen. Der baut halt mehr ab. Ich glaube, der baut mehr ab und schneller vor allem. Okay. Da war irgendwie sowas. Eine Iron Mining Cell. Ach, für diese Iron Mining Cell braucht man dieses Magnetide übrigens. Ah, okay. Ich habe gerade schon ein bisschen was abgebaut. Und Iron Bars brauchen wir. Und die blauen Mushrooms brauchen wir. Und Iron Slabs brauchen wir. Ja, wir brauchen halt Eisen, ne? Eisen müssen wir auch mit dem Extractor abbauen. Mhm. Aber dafür müssen wir Eisen irgendwie erstmal finden. Gucken, ob man sich hier einfach tiefer graben kann. Und gucken, ob man da wird. Oh Gott, hast du mich verjahrt? Alter, ich kriege... Oh, ich bin so gut wie tot. Ich bin tot. Warum nennt das schon wieder? Ja, weil ich mich auch immer ein Viech eingekriffen habe. Und die hauen ja einen Schaden raus. Das ist ja... Äh... Hallo? Wo bin ich jetzt hier gespawnt? Ach, man kriegt zumindest angezeigt, wo man gestorben ist. Immerhin das. Nett. Ich hoffe mal, dass wir echt so schnell wie möglich... Ähm... Warte, ja... Da oben ist was gewesen. Ähm, so schnell wie möglich jetzt hier Bienenwachs bekommen, dass wir uns erstmal eine Kiste bauen können. Oh ja. Oder eine Tür. Ja. Also, das Obsidien-Schwert macht schon gut Bums, ne? Auf jeden Fall. Aber ich glaube, wir sollten uns jetzt trotzdem erstmal auf den Hausbau konzentrieren. So, ich bin jetzt hier irgendwo gerade gestorben. Da unten bin ich gestorben, stimmt. Da. Oh. Cool, das Viech ist auch gestorben. Geil, warum bin ich da noch gestorben? Oh, warte mal. Ja, das, das, das. Oh, schon wieder einfach hinter mir. Das ist halt... Oh, übel. Was lunger ist da auch da unten in der eulen Höhle rum? Hast du es nicht anders verdient. Okay, warte mal. Mit diesen... Ich sammle nur mal ein bisschen Magnet halt ein, wenn wir das unbedingt brauchen. Hm. Meine Extraktoren rödeln hier wahrscheinlich auch noch ein bisschen rum. Okay, dann kann man hier auf jeden Fall davon ein paar machen noch. Beifte ich uns hier mal so ein paar tolle Steine. Was ist da oben? Was ist das für ein Block? Ist das Magnet halt? Wir bauen einfach. Stacked Stonewall. Okay. Nein, Stone... Hm, hm, hm. Hä? Oh, hab ich wieder neue dazu... Haben wir wieder was Neues dazu bekommen? Ja. Oh, cool. Was ist denn das? Ein Lightning. Das ist ja nice. Aber dazu brauchen wir Glas. Theoretisch, Glas war doch einfach nur Sand. Gibt es Sand hier? Hm. Ich hab nur Sandstone gesehen. Die gute Frage, ne? Ja, Sandstone. Ich hab nur Sandstone gesehen. Als Sandstone hab ich das... Hab ich auch. ... von den Blöcken, die ich da hingesetzt hab. War Sandstone. What? Oh, die Extractor rödeln so lange, ne? Ist noch 50 Seko... Ach, hier sind fast durch hier. Ich wollt grad sagen. Äh, 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 was sind das für Viecher, bitte? Was denn? Wo denn? Welche Fische mit Arm und groß... Wo bist du? ... in der Hülle. Oh, jetzt hab ich Falsche anbekommen. Gar nicht gut. Bleib weg, bleib mir vom Leib. Bleib, äh... Hm. Äh, die haben einen auch und die sehen echt grüßelig aus. Oh Gott, das sind so viele. Oh, Mann. Oh, einer ist tot. Oh, puh. Ja, geht kaputt, Junge. Und jetzt die Krabbe ist nichts mehr für mich. Oh, dann will ich den Rundumschlag machen. Alter, Schwede. Das sind Alienviecher oder sowas. Alienviecher? Ja, ist so. Stimmt, die anderen sahen ja so aus, als ob sie von dem Planeten hier kommen. Mach dich über mich lustig. So, ich hab Heiltränke da. Die Stunbombe brauch ich nicht. Was ist das? Old Data Chips, die bringen mir nichts. Ich glaub, die bringen wirklich nichts. Wenn ich sie jetzt gelöscht hab, schal drum. Die haben irgendwas getroppt. Was haben die getroppt? Miro Eyes. Also das sind irgendwie Miros scheinbar. Die heißen Miros. Und die sehen wirklich ziemlich komisch aus. Halt dich. Ich kann hier keinen Ex. So wie du irgendwie ein bisschen. Ah, 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 ah. Nee, nee, nee. Wir haben erstmal blaue Pilze hier. Die sind hier reichlich auf jeden Fall. Hm? Wow. Okay. Wie sieht Eisen aus? Ich hab keine Ahnung. Ich hab's noch gar nicht gesehen. Ich hab absolut echt keine Ahnung, wie Eisen aussieht. Ich merke gerade, dass meine Dings fast kaputt ist. Ähm, meine Rüstung. Aber ist ja nur eine Lederrüstung, oder? Holz. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wie ist er denn da hochgekommen? Am Malta? Äh, innerhalb der Höhle bin ich hochgekommen. Oh, Luft. Hallo. Äh? Oh, nehmen wir mal den Krempell auch noch mit. Das ist ganz cool. Die blauen Pilze kann man eigentlich zu Genüge farmen. Und, äh... Wecksnacken? Ja. Ah, da oben ist auch nochmal Bienenwachs. Nehme ich am besten einfach mal mit. Je mehr wir haben, desto einfacher kommen wir, glaube ich, dran. Später ein bisschen diese Bienen-Curby-Dings. An dem wollte ich letztes Mal schon dran. Dann kam ich nicht hoch. Nee, das wollte ich nicht. Ich wollte hier... Lime-Stone benutzen, so. Boah, Jungs. Boah, Alter, hat er hier die ganze Hülle schon ausgeleuchtet? Ja. Du warst aber schon gut auf Entdeckungstour hier. Ein wenig. Aber wir müssen auch den Part dann abmoderieren. Also ich zumindest. Ja, in diesem Sinne, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen erstmal. Das war's erstmal wieder gewesen. Es geht so schnell vorbei. Ja, leider. Leider. Laufen sie obsidian, glaube ich. Na gut, in diesem Sinne, ähm... Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin. Tschüss. Ciao.